Um eine Konfiguration hinzuzufügen, klicken Sie im Ergebnisbildschirm auf Hinzufügen. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Parameter aus. Sie können bis zu vier Konfigurationen gleichzeitig darstellen. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Zähne, zum Beispiel im Frontzahnbereich, mit unterschiedlichen Indikationen und Stumpffarben versorgt werden sollen. Zum Kopieren einer Konfiguration gehen Sie auf Bearbeiten und anschließend auf Kopieren. Beim Android-Betriebssystem gehen Sie an der jeweiligen Konfiguration auf das Bearbeitungssymbol und anschließend auf Kopieren. Jetzt können Sie verschiedene Ergebnisse einer Konfiguration nebeneinander darstellen oder den Einfluss von Parameteränderungen direkt beobachten. Um die Position einer Konfiguration zu ändern, halten Sie diese gedrückt und bewegen Sie sie nach links oder rechts. Zum Löschen einer Konfiguration wählen Sie an der jeweiligen Konfiguration Löschen. Beim Android-Betriebssystem klicken Sie an der jeweiligen Konfiguration auf das Bearbeitungssymbol und anschließend auf Löschen. IPS EMAX Shade Navigation App – damit Farbe und Transluzenz immer passen. IPS EMAX Shade Navigation